Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück. Wir sind hier gerade in dem fetten Fight mit der Margret. Die ist wieder irgendwo diese Fischer am rauslassen. Ich hab's doch gehört. Mann, lass mich in Ruhe. Ich will keine Munition auf dich verschwenden. Margret, komm zu Papa. Ja, 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 du, du. Gott sei Dank, ey. Happy to see you ladies. Bleib doch einfach tot, okay? Gott sei Dank, Mann. So, und das Ding brauchen wir. Okay. Ach ja, hier sind die ganzen Türen offen, ne? Bleib doch einfach tot, okay? Boah, verdammte Scheiße. Die hat mich zweimal fertig gemacht, ne? Aber ich habe nicht aufgegeben. Und wir können uns jetzt hier mal umgucken. Ich habe sowieso keinen Platz für gar nichts. Ne? Was haben wir da drin? Brennstoff. Das ist ja gut, aber ich kann's nicht mitnehmen. Ey, war das nicht hier? Die Toilette? Ne, da war, da war noch ein Aschenbecher daneben, ne? Stimmt. Kann ich auch nicht mitnehmen. Diese Leiter, kann ich die runterschmeißen? Ne, kann ich nicht. Ähm, ja. Jo, 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 ich bin... Ich bin ziemlich fertig. Das ist immer noch der zweite Tag. Also, da ist der zweite Tag. Ein Tag nach dem Release. No. Ich habe eigentlich gedacht, ich würde das alles an einem Tag packen. Ja, nein. Ja, gestern, das war. Ich habe... Ja, einen halben Tag lang... Hochgeladen, die Videos und... Was war das? Ich lege hier eine antike Münze. Die haben nicht genug Platz, aber wofür? Was ist denn hier? Flüssige Chemikalier... Ach, da auch, man. Brennstoffe. Sie ist überall Flammenwerfer-Munition, ne? Ich meine, ja, man konnte mit dem Flammenwerfer die ganz gut fertig machen, aber... Die konnte mich deswegen auch ganz gut fertig machen. Ja, das kann ich nicht. Ja, auf jeden Fall komme ich hier wieder zurück, ne? Flint-Munition. Ähm... Ich komme auf jeden Fall hier wieder zurück. Entriegelt. Und... Scheiß Margret. Ach, ja, hier. Guck mal hier. Ja, also das ganze Flammenwerfer-Zeug, das muss ich mir wiederholen. Entriegelt. Ne? Das muss ich mir wiederholen. Mal sehen, ob wir die Zoe jetzt treffen, oder... Ja, nicht. Also, die... Das war bisher der schwierigste... Der schwierigste Gegner. Ne? Der schwierigste Boss. Würde ich sagen. Und ich tue hier das zu euch weg. Ich meine, die hat mich jetzt nur... Einmal getroffen. Was ist das, ne? Pistole... Das ist Standard, ne? Das ist auch Standard. Ähm... Ja, die Laterne tue ich auch erstmal weg. Weil... Ähm... Da war das und das und das. Ich meine, Flammenwerfer kann nicht nachladen. Ich tue hier die Pistolen-Munition auch mal weg. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ich meine, mittlerweile... Ich bin jetzt hier, äh... Voll drin in dem Spiel. Oh, Mann. Ich laufe schon gegen... 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 Die... Die... Den Zaun. Ähm... Ja, ich... Ich meine, mir gefällt's. Also, irgendwo... Ich... Ja, sind so... So, schon irgendwo Resident Evil, aber nicht so... Nicht so das, was man so kennt, ne? Sag ich mal so. Aber ist okay, jo. Hier, ich meine, ist ein gutes Horror-Spiel. Jetzt kann ich wieder in Ruhe reden, ne? Hier, Margaret, das war ja kacke. Und sie ist immer noch hier, ein Haufen Scheiße. Die Margaret. So, das hab ich. Ähm... Das Zeug. Und das Zeug. Ich hab hier zwei davon. Was kann ich machen? Da hinten hab ich ein Kraut. Das machen wir ja jetzt so. Objekte. Eins noch so'n Ding hab ich. Ja, ich könnte Schisspulver... Mit dem Schisspulver machen. Aber Schisspulver... Ich weiß nicht, ob ich, äh... Vielleicht lieber diese... Diese fette Munition machen soll. Was, äh... Was besser ballert. So. Flammenwerferzeug. Hier ist... Hier ist erste Hilfe. Hab ich erst mal übersehen. Und hier ist noch Kraut. Ähm... Nein. Hol ich gleich. Ah, Chemikalie... War hier nicht noch. Hm, irgendwie nicht. Ist hier noch irgendwo irgendwas? Hab ich noch irgendwas vergessen? Hab ich das? Da kann man aufmachen. Pistolenmunition. Wieso hab ich nicht genug Platz? Oh, deshalb. Hm. Mann, muss ich jetzt wirklich nochmal zurücklaufen? Ja, sorry Leute. So sieht's aus, ne? Muss ich echt wieder zurücklaufen. Verdammt. Na gut, aber wenigstens hab ich in diesem Part diese... Dämliche... Dieses dämliche Vieh fertig gemacht. Ich beeile mich ja auch, ne? Ich versuche nicht wie ein Mädchen zu laufen. So, aufmachen. Was du mal jetzt weg? Ist das jetzt, äh... Erste Hilfe Arznei? Das ist ganz normal. Weg. Ich hab drei Stück. Ich kann... Flammenwerfer kann ich machen, oder? Ja. Klar. Ich kann doch hier... Jetzt Flammenwerfer Munition machen. Und ich kann... Noch eins. Hätte ich da auch drüben machen sollen. Ähm... Ja, jetzt hab ich Platz. Jetzt hab ich Platz. Und ich weiß immer noch, ob mir die Münze über irgendwas bringt. Ich hab sie die ganze Zeit dabei. So. Ich hab auf jeden Fall genug Munition für den Flammenwerfer. Ich muss nur mal gucken, wie viel Zeit mir bleibt. Fünf Minuten, das ist nur okay. Das ist ja noch top. Das ist ja noch top. Was war da? Das war Kraut. Ne? Kraut und Pistolenmunition. Und vielleicht ist oben noch irgendwas. Man weiß es nicht. Im Klo... In der Kloschüssel ist nix. Ich mein, ich kann dieses... Psycho-Dingsbums benutzen, aber... Weiß nicht, ob man das... Ob man auch so nicht... alles finden kann. Ohne das Zeug. Kraut war hier, jo. Ich mein, ein bisschen verletzt bin ich. Nicht gelb. Aber hier. Ich hab die Magret erledigt. Das ist doch wichtig. Der Granatenwerfer hat richtig gut bei dir abgezogen. Ich mein, okay, zum Schluss hab ich den mit der Schrottflinte... Ein bisschen mit der Pistole drauf geballert. Mit allem, was ich hatte halt eben. Ohne... Nur nicht mit dem Flammenwerfer, weil... Den... Ich hatte keine Munition dafür. Leider. So, sollen wir noch mal oben gucken, ob da noch irgendwas ist. Ja, ich glaub nicht. Ich glaub, hier oben hab ich alles. Oder? Ne, ich hab doch hier... Da. Brennstoff. Ich hab jetzt noch mehr Brennstoff. Dann... Stimmt, hier war noch Brennstoff? Ey, geile Sache, Alter. Geile Sache. Wenn ich die Magnum hätte. Ne? Wenn ich genug Münzen hätte. Und die Mag... Äh, die Magnum hätte. Das wär ja... Hier ist noch... Das wär ja echt geil. Das Ding kann man nicht nehmen. So. Und der sagt dann wie immer, tu mir eingefallen und bleib tot. Wenn man die Wichser tötet. Ja, dann... Gehen wir wieder weg. Ja. Genug. Genug gesehen. Ach so, da oben, da war noch diese... Diese Spalt... Äh... Spalt... Spaltdingens... Bumsens... Wie auch immer. Hol ich gleich auch mit. Dann können wir lesen, was das macht. Was ist los? Was war denn los? Was war denn gerade eben los? Wieso war der Bildschirm schwarz? Und er hat geladen? Keine Ahnung, ey. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich stehe vielleicht wieder auferstanden. Die Margaret. Ich hoffe natürlich nicht, aber... Aber... Äh... Wer weiß es schon. Ist das da kein Flammenwerferzeug? Nein. Nein, hier brauch ich Dietrich. Ja, ich glaub Dietrich brauch ich auch für die rote Kisten, ne? Ich weiß nicht, was hier abgeht, ne? Aber... Auf jeden Fall nichts Gutes. Und er hat geladen. Wieso hat er geladen? Gerade eben. Wieso war der Bildschirm schwarz und er hat geladen? Ich, äh... Denke, Leute... Ich werde jetzt hier gleich speichern. Und erst mal aufhören zu spielen, weil ich hab für heute, glaub ich, genug... Äh... Ich habe, glaub ich, genug für heute. Also, der Spalter. Äh... Kann die flüssige Chemikalien von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen? Ist ja ganz toll und schön, aber... Bleibt erst mal da. Ähm... Pistolen-Munition hatte ich doch irgendwo weggelegt, oder nicht? Messer, erste Hilfe, starke erste Hilfe, Laterne, Pistolen-Munition. So. Jetzt habe ich schon so viel... Ähm... Laterne, genau. Und da ist Spaltmittel, ja. Ich werde jetzt hier speichern. Ne? Und... Werde erst mal aufhören zu zocken. Weil... Ich bin ein bisschen frustriert, weil mich die Margaret so oft fertig gemacht hat. War voll scheiße, ne? Finde ich total kacke. So, und der speichert. Ja, Leute. Ähm... Ich werde jetzt mal hier aufhören und... Ja, wie man hört, mein Timer klingelt auch und so, ne? Wir sehen uns... Ähm... Ja, im nächsten Part wieder wahrscheinlich dann... Morgen werde ich dann weiterzocken. Macht's gut und... Tschüss! Ich werde jetzt mal hier aufhören.